Hallo, willkommen zu Darius Tabletop und heute zeige ich euch ein Update zu meiner Dothraki-Armee bzw. Targaryen-Armee für A Song of Ice and Fire. Ich versuche hier noch das richtige Licht hinzubekommen. Na, hoffen wir, dass es klappt. Genau, also ich tue gerade sozusagen mehrere Minis anmalen. Ich habe hier so ein bisschen Batch-Painting und ein bisschen einzeln in die Miniatur reinspringen. Ich kann euch schauen, wo ich meine Referenzen her habe. Ich habe zum Beispiel hier, wie man sehen kann, Dothraki Outriders und ich habe mich gewundert, wie wohl die Bögen aussehen. Und die Hautfarbe hat mich gewundert, dass die hier so hell sind und die Bögen so rot. Und dann dachte ich, cool, ich mag das, denn ich habe hier da vorne zum Beispiel so einen Cadian Fleshtone und den benutze ich für die meiste Haut hier. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, habe ich die Mini geprimed mit Army Painter Fur Brown, was mir einen sehr guten Boden gibt für so eine Wüste. Und zum Beispiel manche Pferde schon komplett geprimed hat, auch manche von den Dothraki Reitern. Ich versuche ein gutes Licht hier zu bekommen, ja, vielleicht so. Aber die sind schon recht dunkel. Da kann man zum Beispiel dann auch drüber gehen. Wo habe ich denn einen? Ich glaube, den habe ich hier mit Cadian Fleshtone gemacht. Der sieht schon ein bisschen heller aus. Wie ihr sehen könnt, die Knie sind hier noch das geprimete. Ich habe ein Pferd zum Beispiel schon einmal mit Weiß überstrichen. Der braucht noch einen Second Coat. Und ihr seht hier schon so ein paar goldene Elemente. Das heißt, ich bin ein bisschen all over the place. Ein bisschen Batch Painting. Ein bisschen Color Coding. Ich zeige euch auch hier. War die Idee zum Beispiel, da habe ich vier Dothraki Screamer. Und die bekommen so, ich weiß jetzt nicht, wie man es nennt, aber die bekommen so hier diese rote Mephisto Red. Ja, so diesen Kilt, den die anhaben. Karl Drogo noch nicht bemalt. Dann habe ich hier nochmal vier Dothraki Screamer. Die bekommen dann, also da habe ich einen Fehler gemacht, aber die bekommen eher so einen blauen Ton. Wie gesagt, das hier unten ist ein Fehler, aber das da hinten nicht. Also so müsste es aussehen. Das werde ich dann noch beige anmalen. So wie zum Beispiel hier. Und wie ihr sehen könnt, ich habe einfach schon die Farben eingesetzt. Dann habe ich gesehen vom Duncan Rhodes, der viel auch für Games Workshop gemalt hat. Der zum Beispiel, von dem habe ich diesen Dothraki Veteranen, also da ist der jetzt inspiriert. Einfach nur Base Codes drauf. Moment, wo kriegen wir hier ein gutes Bild? Ist das hier ein gutes Bild? Ja, genau. Da haben wir hier zum Beispiel die Base Codes, wie man sehen kann. Das meiste ist tatsächlich vom Spray, aber ihr sehen könnt unten einfach so dieses Schwarz und die Pferde, Haare. Dann haben wir hier mit Mephiston Red. Dieses Teil ist, glaube ich, pures Metall, Metall, die Schuhe, weiß ich nicht, aber in irgendeinem Braun. Dann auf seinen, ich weiß nicht, wie man es nennt, seinen Sattel ein bisschen mit Beige Farben. Und den Bogen habe ich jetzt tatsächlich dann auch rot gemacht, statt braun, weil ich gesehen habe, auf der Verpackung ist er mit rot oder so einem roten Leder und mir gefällt es sehr. Und da bin ich gerade dabei. Das heißt, alle Dothraki Veteranen bekommen so diesen Anstrich und alle Outrider bekommen ein Lila. Ich habe da allerdings gerade ein sehr, sehr dunkles Lila. Das ist so ein Nagaroth Knight. Das sieht so aus. Ich muss mal schauen, ob ich das dann irgendwie noch aufhellen kann oder ob das so gut aussehen wird. Das muss ich mal schauen, aber da geht auf jeden Fall noch ein zweiter Base Codes drüber oder vielleicht ein bisschen aufhellen mit einer anderen Farbe. Und das ist sozusagen gerade die Arbeit. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich ein paar Bögen. Schon mal rot eingefärbt. Hier das Lila eingesetzt. Die Haare der Pferde und die Haare der Reiter. Und dann einfach auch ein bisschen variieren, weil die ja auch unterschiedliche Krieger sind. Die sind nicht ganz uniform. Und da werden wir dann sehen, wie es dann wird. Also wie ihr sehen könnt, hier sind die ganzen Pferde. Da hinten habe ich die Pferde zum Beispiel auch schon ein bisschen auch anders eingefärbt. Ich glaube, dieses Pferd ist hier in so Sandry Dust. Da muss ich mal schauen, was ich dem für eine Farbe gebe. Und dieses Pferd zum Beispiel ist einfach braun geblieben und hat dann so ein bisschen Sandry Dust Haare bekommen. Sieht ganz gut aus. Und ich glaube aber, dass ich, wie man es hier zum Beispiel sehen kann, Laptop, genau, wie man es zum Beispiel hier sehen kann. Die haben einfach verschiedene Pferde dabei, verschiedene Pferdefarben. Und ich glaube, das wird dann so der nächste Schritt sein, nachdem ich die gröbsten Farben mal reingeblockt habe. Vielleicht mache ich noch alles schwerter metallisch. Und dann hat man einfach so ein paar Grundmarker, die dann stehen. Und dann ist der Rest Detailarbeit. Also so ein bisschen Batchpainting und so ein bisschen Detailarbeit. Hier habe ich Illyrio Mopatis schon mal angemalt. Eine leichte Figur. Ich habe schon ein bisschen gewasht. Das hat allerdings ein bisschen hässliche Flecken hinterlassen. Aber der Kerl, so ein bisschen Hautfarbe rein. Der hat so ein bisschen blonde Haare oder weiße Haare. Der wird noch drüber gewasht. Und dann habe ich dem so eher so einen Boden gegeben. Also wie gesagt, nicht fertig, aber so gebased. Und mit der habe ich angefangen, einfach um reinzukommen. Und dann haben wir hier Daenerys Targaryen. Und in Season 1 und Season 2. Und das stellt sie eigentlich mit dieser Klamotten her. Und auch vor allem mit den ganzen Dothraki. Sie hat ja später auch noch ansullit und sowas. Aber klassisch wäre hier gewesen so ein schwarzes Leder oder braunes Leder. Das ist sozusagen zu der Zeit, in dem sie durch die Wüste zieht. Aber ich schaue gerade Staffel 4 und Staffel 5. Und da hat die öfters irgendwie was Blaues eingehabt. Und ich hätte einfach Lust auf sowas Blaues mit Gold Trim und dann die weiße Haare. Deswegen, ihr könnt die Figuren auch ruhig so anmalen, wie ihr das wollt. Ihr müsst euch da nicht unbedingt an das Box-Artwork halten. Ich zeige nur euch meinen Prozess. Und ihr könnt dann denken, ah okay, voll cool. Dann kann ich es ähnlich machen. Oder hey, dann kann ich ein bisschen abweichen. Und genau. Insofern, ich habe auf jeden Fall riesen Spaß, diese Pferde gerade anzumalen. Ich habe jetzt dann auch Magnete bestellt. Die Frage ist, wie die am besten auf die Base kommen. Ich werde hier, glaube ich, ein Magnet drunter machen. Vielleicht auch sogar da, wo die Markierungen sind. Und dann werde ich das auf diese Bases da unten stellen. Na, hoffentlich zoomt er rein. Auf diese Bases da unten. Und unter diese Bases kommt dann entweder eine metallische Unterlegscheibe oder ein Magnet. Und manche sagen, okay, wie kriegt man das hin, dass dann die Magnete von der Polarität passen. Ich habe gesehen, dass einer ein Video gemacht hat, der hat dann die Dinger hier magnetisiert. Hat die dann auf die Base. Hat dann praktisch unter diese Dinger da hinten ein bisschen Sekundenkleber gemacht. Und dann ist er praktisch, also könnt ihr mir folgen. Also er hat dieses Ding hier magnetisiert. Dann stellt er das Ding auf die Base. Dann gucken wir praktisch unter die Base. Da wird dann so ein bisschen Sekundenkleber gemacht. Und dann fährt er mit dem Pferd und dieser Base über den Magneten. Und der Magnet zieht dann einfach klack, hoch. Und da, wo der Kleb ist, ist es dann festgeklebt und die Polarität stimmt. Wobei viele an dieser Stelle auch einfach nur eine metallische Unterlegscheibe hin tun. Sozusagen, dass praktisch unter diesen großen Bases ist dann die metallische Unterlegscheibe. Und der Magnet vom Pferd klappt dann da so drunter. Und ja, ich werde es euch noch zeigen. Auf jeden Fall ganz spannende Sachen. Die Abmessungen. Hier passen auf jeden Fall keine sehr dicken Magneten. Maximal 1 mm hoch. Und hier maximal 4 mm breit, wenn man es dann hier so reintun will. Und hier, glaube ich, war das ein bisschen mehr. Ich habe jetzt 6 x 1, also 1 x 6 mm. Also 1 mm Höhe und 6 mm Breite für die Pferde. Und 1 mm Höhe und 4 mm Breite für diese Bases. Und dann werde ich euch zeigen, wenn ich die magnetisiere. Und ja, macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Und postet unten in den Comments, was für eine Farbe soll Kaldrogos Pferd bekommen. Schwarz oder weiß oder schwarz mit weißen Flecken oder weiß mit schwarzen Flecken oder braun lassen. Mal schauen. Auf jeden Fall riesen Spaß. Ich muss jetzt keinen Golden Demon damit gewinnen. Aber einfach nur fertig machen. Und man tut sein Bestes, dass es cool wird. Und wenn nicht, dann nicht traurig sein. Dann wird das nächste Projekt besser. Ich denke, von Projekt zu Projekt wird man einfach ein besserer Maler, Bastler, Hobbyist. Und so sollte das auch sein. Also viel Spaß und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.